So Freunde, herzlich willkommen bei Software.Zone. Wir haben heute mal wieder eine neue Backup Pistole für euch, die ich euch vorstellen möchte. Wir machen jetzt hier mal ein Unboxing. Und zwar, ihr seht schon, HK No Compromise ist von Umarex, ist also ein lizenziertes Modell von Heckler & Koch. Und zwar haben wir hier die HK45CT, C ist die Kompaktvariante und T steht für Tactical. So, das ist also im Prinzip die kompakte Variante der HK45. Dann wollen wir das Ganze mal aufpacken, den schwarzen, schnörkellosen Karton kennt man ja. Dann haben wir hier im Inneren nur die Waffe und Dokumentation, aber die sprach ich mir jetzt mal. Ist auch nicht ein Styropod oder so eigentlich, sondern die Waffe liegt jetzt hier einfach im Pappkarton. Ist nur in dieser Folie verpackt. Legen wir mal auf Seite. So. Dann haben wir hier das gute Stück. Man kann sehen, das ist, wie gesagt, hier steht es schon drauf. Wir haben also dadurch, dass Umarex alle Markings von Heckler & Koch hat, weil Heckler & Koch natürlich keine F-Waffen herstellt, haben wir hier im Prinzip alle originalen Markings. HK45C im Kaliber 45 Auto, das Original-Kaliber. Wir haben hier natürlich 6 mm BB. Auch hier unten HK45, dann haben wir hier nochmal ein 45er Auto mit HK auf dem Schlitten. Hier haben wir das F im Fünfeck, Kaliber 6 mm. Und wir haben jetzt hier die Waffe in der Farbe TAN. So. Was direkt auffällt, sie ist schon etwas bulliger, also genau wie die HK45 selber ist auch hier die 45 CT, schon ein ganz schön bulliges Stück Metall. Wir haben hier unten ein Kunststoff-Frame. Wir haben oben einen sehr schweren Metallschlitten. Auch hier das mit dem Schwarz abgesetzt in dem TAN finde ich sehr schön gelöst. Auch die ganzen Medienelemente sind in Schwarz gehalten. Der Magazinauswurf ist hier wieder in der Abzugseinheit integriert. Ich lege das mal kurz auf Seite. Wir haben hier vorne Rippen zum Spannen. Und das geht bei HK ja immer etwas schwer. Wir haben hier vorne diesen Punkt, sag ich jetzt mal, wo wir drüber wegmischen. Und zwar ist das der Punkt, man sieht das hier, in dem Moment fährt eben hier das Patronen-Ausmaßfenster runter, um den Weg für den Schlitten frei zu machen. So und da geht das immer, beim Schießen merkt man das nicht, aber wenn man das so spannend findet, merkt man da schon einen Widerstand. Auch hier, man merkt immer so einen kleinen Widerstand bei der Pistole. Aber wie gesagt, finde ich nicht besonders störend. Von den technischen Details her, die HK45 ist in der Gesamtlänge 200 Millimeter. Wir haben hier mit Magazin eine Gesamthöhe über alle von 135 Millimeter. Und wir haben ein Gewicht von knapp 800 Gramm, also 798 Gramm müssen es sein. Was hier an der Waffe besonders ist, ist, ihr seht hier jetzt noch ein zweiter Hütenbügel. Wir haben hier halt den klassischen Schlittenfang. Der ist beidseitig bedienbar, also vom Schützen rechts und vom Schützen links. Das haben wir hinten in den Haaren gespannt. Und dann gibt es halt hier die Möglichkeit, entweder das Ganze zu sichern, indem ich diesen Hebel nach oben lege. Oder wenn ich ihn nach unten drücke, dann wird die Vorspannung rausgenommen. Das heißt, der ist immer noch leicht gespannt, aber eben nicht mehr voll gespannt. Und wenn ich jetzt abdrücken möchte, also eine zweite Sicherung, dann muss ich hier über einen großen Druckpunkt weg. Ist halt eine Double Action Pistole, da merkt man das. Hier vorne haben wir eine kleine Rail, um diverses Zubehör, wie zum Beispiel Lampen oder Laser anzubringen. Wie gesagt, bei uns bitte auf die Gesetzgebung achten. Lampen, Laser dürfen nur Dummies sein, müssen voll ausgegossen sein und auf keinen Fall wieder in Funktion gebracht werden können. Also da wirklich bitte darauf achten. Ganz wichtig, weil das ganz schöne Strafen mit sich ziehen kann. Ja, also wie gesagt, wir haben hier hinten nach dem Spann die Möglichkeit, die Waffe ähnlich wie bei der Sig Sauer P226. Die Vorspannung rauszunehmen und dann muss ich halt hier über einen deutlich größeren Weg, um den Schuss abzuschlagen. Ihr seht hier vorne, deshalb Tactical, ich habe hier einen 14mm CCW Gewinde. Da kann ich im Prinzip jeden gängigen Tracer und auch jeden gängigen Silencer anschließen. Ja, was mir in der Waffe besonders gut gefällt, sind natürlich die Logos. Die Waffe ist wirklich komplett original. Wenn man mal das Original daneben hält, gibt es kaum Unterschiede. Selbst vom Gewicht her liegt sie sehr gut. Sie hat einen ganz knackigen, also wirklich einen mehr als knackigen Kick. Also hier deutlich mehr. Wir hatten ja letztes Mal die GTP9. Da merkt man schon, dass die deutlich schwächer ist vom Abschlag her. Also finde ich wirklich gut gelöst. Und wie gesagt, mir gefällt die Waffe extremst gut. Auch die Beschichtung hier ist sehr realistisch gemacht. Und auch wenn die schon ein paar Mal gespielt worden ist, man sieht hier ein paar kleine Abnutzungserscheinungen. Aber ansonsten habt ihr eigentlich bis jetzt wenig Blessuren abbekommen. Wie gesagt, das war eine Funktion. Wir haben hier den inzwischen bei vielen Pistolen so beliebten Magazinauswurf in der Abzugseinheit. Ich persönlich bin ein Freund von dem Knopf hier. Ich tue mich damit ein bisschen schwer. Dann haben wir hier vorne nochmal mit einem kleinen Grip eben auch diesen Vordergriff, um die eben auch so taktisch zu führen. Und was halt ein ganz großes Feature ist oder was ja die Neuerung war bei den HK Pistolen oder bei den neueren Glock Modellen von VFC ist, dass ich von hier vorne das Hop-Up einstellen kann. Ich brauche die Waffe also nicht mehr zerlegen, sondern kann einfach hier vorne, man sieht das hier vielleicht mit einem Schlitzschraubenzieher reingehen. Bei der Glock brauche ich dafür zum Beispiel einen Imbussschlüssel. Aber hier funktioniert das mit einem Schraubenzieher und kann das dann hier einfach links, rechts mit mehr Hop oder weniger Hop einstellen. Ja, also wie gesagt, die HK45 habe ich leider jetzt noch nicht zum Vergleich gehabt. Ich weiß aber, dass das etwas größer ist, aber mir gefällt die halt ganz gut. Auch wenn manche jetzt sagen, also hier unten das Griffstück ist natürlich für jetzt, wenn ich ganz große Hände habe, dann ist das sehr klein hier. Also das glaube ich, das ist nicht für jede Hand was. Bei mir funktioniert das, aber ich denke mal, wenn ich da mit Handschuhen so unterwegs bin, dann ist das auch selbst bei mir im grenzwertigen Bereich. Aber ich finde die halt wirklich vom Klangbild her, von der Funktion her, von der Mechanik her, finde ich die wirklich gut gemacht. Zerlegen ist bei der hier halt so, dass ich im Prinzip hier hinten einen Schlitten habe. Dann drücke ich hier diesen Pin rein. Und zwar muss ich dafür das Fenster hier so in diesem Bereich haben. Dann lässt sich dieser Pin nämlich hier rausziehen. So, dann kann ich die Waffe nach vorne ziehen. So, von Internals her, hier sieht man schon, dass es alles hier in Metall und Stahl gearbeitet. Auch hier die ganzen Führungen sind jetzt in Druckguss, also ist auf jeden Fall Metall im Inneren. Auch hier dieser Hebel rastet hier einfach sauber ein. Und im Gegenteil haben wir jetzt hier, da sieht man jetzt halt diese Hop-Up Einheit. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann macht es hier halt in dieser Verstellung klick, 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 klick. Und ich kann halt ganz sauber exakt das Hop-Up einstellen. Auch hier das alles in Metall gearbeitet, Nozzle-Führung und so weiter. Alles eben von der Qualität sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Da kann man also nichts Negatives drüber sagen. Zum Zusammenbau haben wir es genauso wieder. Wir führen die so, dass das Fenster hier sichtbar ist. Dann den Pin rein, Funktionstest und dann haben wir es schon wieder. Ja, das soll es mal zur HK45C gewesen sein. Im Anschluss findet ihr jetzt gleich noch einen Schusstest damit. Auf ca. 10 Meter mit 25g BBs von Speckner Arms. Guckt euch das einfach mal an. Gas habe ich jetzt einfach mal Elite Force genommen, weil das eben besonders hart kickt. Weil das eben sehr starkes Gas ist. Hat eigentlich den Nachteil, dass es sehr viel Ölanteile hat. Und dadurch, wenn ihr zu viel davon benutzt, dann siebt es euch ein bisschen aus der Pistole. Also deshalb einfach mal gucken. Aber finde ich zumindest viel besser als das original HK-Öl... Quatsch. Das HK-Gas. Wäre schon fast was für die Outtakes gewesen. Weil das HK-Gas ist halt sehr, sehr öllastig und da quillt es überall raus. Also das finde ich persönlich zu... mit viel zu viel Schmiere versehen. Ok. Das soll es gewesen sein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, was zukommt. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich bin để müssen. Untertitelung des ZDF, 2020